Musik 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 Anno 1404 Venedig heißt das heutige Thema, BZW, darum geht es in diesem Bild, das seht ihr hier auch. Wer das Spiel Anno kennt, der weiß, dass in dem Game sehr sehr oft Schiffe oder das Hauptbewegungswerkzeug, das kann man so nennen, ist das Schiff und darum habe ich einfach mal so ein kleines Handelsschiff aus Anno 1404 gemalt. Also wer das kennt von dem großen Cover, also das kommt am Ende des Videos nochmal, da sieht man das auch, dass an das ein Schiff so gezeigt wird, das habe ich versucht zu malen. Natürlich auch, ich habe da ein paar Änderungen reingehaut, hoppala, habe ich gerade gegen den Tisch. Und ja, so habe ich das dann halt gemalt, in meiner Variante und wenn euch das Bild so gefällt, dann gebt doch dem Video einen Daumen nach oben und abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ja, bis dann, tschüss.